Machen wir mal. Hallo! Hallo! Heute haben wir... Diesen Tag. Zwei Vornissen. Ja. Wir waren heute? Tokio Tower. Gerade in meinem Willkommen. Ich wollte es eigentlich dort machen, aber wir durften da nicht rein. Also in das One Piece Restaurant. Ja. Weil es dort Tickets, man brauchte Tickets, die hatten wir nicht. Und dann gab es noch das Mugiwara Café. Da haben wir uns gedacht, ne, einen Kaffee wollen wir nicht. Kaffee wollen wir nicht. Deswegen waren wir nur... Ja. Ganz oben. Und im Shop. Und im Shop haben wir uns ein paar Sachen geholt. Ein paar. Du hast mehr wie ich. Ein paar. Also einmal haben wir uns die Münze hier geholt. Mit Zorro drauf und er mit Ruffy. Steht es noch ein paar auf hier? Tokio Tower. Steht noch einen drauf. Ja, man hätte die hier noch gravieren können. Für 300 Yen oder so. Ja. War ein bisschen teuer. Ja. Egal. So. Dann hab ich mir hier... Ja, du, da fang du an. Hab ich mir hier. Dann... Das können wir jetzt zusammen machen. Ja. Das hier. Bei einem Namco zum selber bauen? Genau. Zum selber basteln. Du musst du selber zusammen bauen. Äh... Ja, wo man das auf irgendeiner Seite hat man doch gesehen. Und... Ach doch, da ist es doch hier. Der sagt hier. Genau. Wie man hier zusammen basteln. Das ist so wie bei uns diese Kriegsschiffe oder so. Und hier gibt's das halt in Mengen. Äh... Mit... Animes... Ja. Und... Und... Was weiß ich und was für... Was alles. Dann hab ich mir hier, wenn wir schon dabei sind, die auch noch geholt. 1000 Sunny. Die waren recht billig, finde ich. 1,6. Wenn man jetzt mal... Wenn man jetzt vergleicht mit äh... Richtigen Figuren. Die so um die 3.000 kosten. Und die sind jetzt nur die Hälfte. Also... Also die Flying Lamp. Die hab ich gesehen für 6.000. 9.000. Ja. Okay. Was hast du noch? Also... Ach ja. Den ersten Teil. Ah ja. Stimmt. Du hast ja gar nichts geholt. Nicht... Nein. Ich hab ja nichts. Ja stimmt. Vergessen. Äh... Ja das ist... Das sollte das neue Pokémon sein. Ja. Schau wir mal. Ich weiß jetzt grad nicht mal. Irgendwas mit Watch. Watch irgendwas. Irgendwas mit einer Uhr. Ja. Ja wir wissen das geht nicht auf europäischen Geräten. Aber... Aber es gibt ja Wege die das... Lösen können. Äh... Hab ich mir hier das hier noch geholt. Bin ich ganz cool so ein Anstecker so ein Pin. Ähm... Das hier so ein Magnet. Auch nicht schlecht. Das hier. Haben wir erst beide gehabt. Dann hab ich gesagt nein für 3... äh... für 3,8. Wo ich mein das nicht. Einfach das Soundtrack zu One Piece. Der... 15 jährige... Blablabla... Und dann hab ich mir ja... Weil ich die anderen Teile schon hatte. Dann hab ich die Gottseidank gefunden. Hier. Warte mal eins. Hier ist das andere. Artbook 1 und 2. Die hatten sie zum Glück. In Deutschland kosten die... In Deutschland kosten die... Schreibt mir in die Kommentare. Wie viel kosten die? Ich weiß es nicht. Aber hier haben sie 1200 Yen gekostet. 10 Euro. 10 Euro. Ja. 10 Euro. Das hier oben ist okay. Ganz oben ja. Man hat einmal die ganze Stadt gesehen ringsherum. Habe ich schöne Fotos gemacht. Ja. Auch ein bisschen was für den Vlog. Und ähm... Dann waren wir noch in diesen... One Piece... Park. Ja. Park. Da wo Urmel, Edgar... Ihr wisst. Da wart ihr nicht drin. Da wart ihr nicht drin. Hätte ich da mal reingehen sollen. War ganz cool. Das war schon cool. Ihr habt ja auch zwei Bilder von mir. In der Gruppe. In unserer Whatsapp Gruppe. In unserer Whatsapp Gruppe. Guckt euch's an. Ja aber... War cool. War nicht schlecht. Die eine wo wir drin waren mit Ruffy. Da... Ja die Geschichte von Anfang bis Ende. Ja die Geschichte von Ruffy. Also bis jetzt im Moment. Und... Ganz zum Schluss kamen wir in den Raum. Das war dann so... Wie lange ging das 5 Minuten? Kilo. Kilo Raum. Ein Anime. Der ging 5 Minuten. Aber halt mit Effekten. Ja. Irgendwie war Boom. So richtiger Schlag. Wenn du eine Druckwelle gekommen bist. War in dem Raum auch so ein weniger Druck. Und alles. Das war doch einmal... Ähm... Wir sind nass geworden, gell? Ja wir sind einmal nass geworden. Als dieser... Ich weiß nicht mal wie der heißt. Der eine Fisch da... Am Anfang. Ganz am Anfang. Wie hieß der noch? Nicht Arlong der andere. Wo... Wo Schenks den Arm abgebissen hat. Nein. War noch der oder? Nein. Hat Schenks den Arm abgebissen. Nein. Doch. Nein. Schenks wurde von einem... Von einem... Von einem Monster das Arm abgebissen. Nicht von einem Fisch. Achso... Nein das war ja der andere. Ja. Ähm... Der Kumpel von Arlong da. Ich weiß jetzt nicht wie er heißt. Ich hab den Namen vergessen. Er heißt auch ne... Die neue Arlong Bande. Nennen die sich. Ja. Und äh... Der hat einmal so ne... Diese Wasserattacke gemacht. Wie immer macht. Und dann... Da sind wir auch alle irgendwie so... Nass geworden. Bisschen. Bisschen. Jetzt nicht viel. Aber... Das war ganz cool. Na gut. Ja. Ja. Dann wollen wir heute noch essen. Wie immer. Ich hab Raben gegessen. Er hat... Hähnchen gegessen. Gegen mich Reis. Und Suppe. Und... Ja. Ja. Man kann ja alles essen. Auch der Knorpel. Der kommt an es. Er hat einmal gedacht. Ach. Erzähl du das weiter. Es war... Machen wir das vor zwei Tagen. Wir haben auch abends essen. Ja. Und das hat ausgesehen wie Hähnchen. Ja. So wie... So ein Nuggets. Ja. So ein Nuggets medisch. Und äh... Es halt... Beiß auf das erste drauf. Jetzt Knorpel. Ja. Ich hab auch probiert. Ich kann's bestätigen. Es war Knorpel. Es war nicht lecker. Für mich ist es nicht. Für mich Fans ist es gut. Für mich ist es nicht. Für mich auch nicht. Brauch... Brauch ich nicht nochmal. Aber sonst kann man hier also essen. Bis jetzt hab ich auch noch nichts schlechtes. Diese... Diese... Olongblätter oder diese... Ah... Ich weiß gar nicht was das sind. Ja. Diese... Die schmecken mir überhaupt nicht. Aber... Die sind auch eben Tee drin. In... In vielen. Aber... Ich kann das nicht trinken. Dieser Nachgeschmack der... Der ist so extrem. Ja. Aber... Ansonsten... Gibt's hier nur gutes zu essen. Ja. Nur gutes zu essen. Ja. Oder hat ihr irgendwelche Beschwerden? Ich auch nicht. Gut dann. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.